Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darf man sein Fasten brechen, weil man Kopfschmerzen hat? Und grundsätzlich darf man nicht einfach so sein Fasten brechen, meine lieben Geschwister. Nur weil du dich schwach fühlst, weil du Kopfschmerzen hast. Manche Leute, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, erlitt an Migräne. Und er hat sein Fasten nicht gebrochen, subhanallah. Und das ist das, wenn wir das Fasten oder Pflichten vom Islam auf die leichte Schulter nehmen. Dass wir solche Sachen beachten. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerzen, dann lasse ich das Fasten. Es ist ganz normal, dass du besonders in den ersten Tagen Kopfschmerzen hast. Und besonders auch an den Tagen, wo du wenig Wasser getrunken hast am Morgen, so Sahur, dass du dann Kopfschmerzen hast. Dann halte ein bisschen durch, vielleicht schläfst du dann an dem Tag halt ein bisschen länger. Trägst du vielleicht eine Sonnenbrille, je nachdem. Damit du dir ein bisschen Mühe gibst. Wenn es natürlich unerhebliche Schmerzen sind und du würdest dadurch fast in Ohnmacht fallen, dann ist das kein Problem.